Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Downtown Sydney ist abgeschlossen. Wir sind der GDI einmal mehr in den Rücken gefallen. Kane lebt! Das haben wir in dieser Mission erfahren. Und jetzt dürfen wir uns endlich um Killian kümmern. Ich konnte die Alte sowieso nicht ausstehen. Killians australisches Hauptquartier im Ayers Rock. Na also. Habe ich nicht gesagt, dass Kane nicht tot ist? Okay. Als erstes stürmen sie den Stützpunkt. Wenn sie ihn gesichert haben, werden sie Killians Truppen auslöschen. Dann gibt sie ganz sicher auf. Und muss sich vor ihm verantworten. Vor ihm. Commander, Kane befiehlt unseren Soldaten nicht gegen die Invasoren vorzugehen. Das ist Wahnsinn. Sollen sie sich abschlachten lassen? Ich respektiere ihre Loyalität zu Kane. Aber im Namen der Bruderschaft und der Menschheit spreche ich die Bitte aus. Stoppen sie diese Mission! Und wir, sie und ich, befinden schon einen Weg aus dieser Krise. Bitte, Commander. Sie sind meine einzige Hoffnung. Ah! Muss ich jetzt wählen oder was? Naja, ich hoffe er nicht. Ein trauriger Tag an dem Bruder gegen Bruder kämpft. Erobern sie mit einer kleinen Armee den Rebellenstützpunkt im Süden und nutzen sie die dort gewonnenen Ressourcen für den Angriff auf Killians Hauptquartier auf dem Ayers Rock. Machen sie keine Gefangenen, denn lediglich um Killian wird sich Kane persönlich kümmern. Die GDI errichtet erstlich von ihrer Position eine vorgeschobene Basis und hat seit Sittany noch eine Rechnung mit uns offen. Rechnen sie daher unmittelbar nach der Schlacht um den Ayers Rock mit einer Großoffensive der GDI. Empfange Nachrichten! Übernehmen sie Killians südlichen Stützpunkt, indem sie die Kommandozentrale und den Bauhof erobern. Ihre Saboteure müssen überleben. Avatar, feindliche Einheiten in Sicht, feindliche Basis in Sicht, räume Weg frei. Ziel bestimmt, räume Weg frei. Feindliche Einheiten in Sicht, Feindliche Einheiten in Sicht, Räume Weg frei. Roger. Kann ich irgendwie helfen? Wie Sie meinen. Betriebsbereit. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Arbeiten wir zusammen. Gebäude besetzt. Neue Bauoption. Kann ich Ihnen nicht kenne den Weg. Arbeiten wir zusammen. Einheit wird angegriffen. Gebäude besetzt. Noch einmal das bereit. Transferiert. Einsatzziel erreicht. Killians südlicher Stützpunkt ist jetzt auf ihrer Seite. Schlachtfeld erweitert. Empfange Nachricht. Erobern oder zerstören Sie den Tempel von Nord, um Killians Stützpunkt auf dem Ayers Rock zu übernehmen. Killians Hauptquartier muss unversehrt bleiben. Dafür habe ich jetzt sicher ein fettes Zeitalter mit. Verrat bezahlt. Dachte ich mir. Neues Bonus-Ziel. Natürlich. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Jetzt sind sie dran. Neues Bonus-Ziel. Konsequenz aktiv. Einmal vor Uniprogramm. Dachte ich mir. Angriff. Das braucht vorsichtig. Das ist ja voll der Überbott, das Einheiten in Sicht. Wir werden kämpfen. Alle Systeme bereit. Vorwärts. Einheit wird gespülen. Dachte ich mir. Ja. Natürlich. Wir werden kämpfen. Das sind sie. Was brauchen sie? Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit verloren. Wir werden kämpfen. Gebreite besetzt. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir haben für unser Ziel Mutanten rekrutiert. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wir werden kämpfen. Sieht schon ganz gut aus. Oh, wir werden irgendwo angegriffen. Das sind jetzt sehr unfreundliche Einheiten in Sicht. Reparatur. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Geheimdienst benötigt. Ah, die Basis ist so... Das ist so awesome mit der Basisverteidigung hier. Ein Tempel von Norden. Baut. Wollt ein. Die Bruderschaft muss wachsen. Nord lässt dich nicht einhängen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir sind nicht wie die anderen. Was ist da? Einheit befördert. Das wäre jetzt irgendwie fies, wenn ich einen Zeitler mithätte. Unser Einfluss wächst. Feindliche Einheiten in Sicht. Natürlich. Bau abgeschlossen. Was ist das? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit bewahren, der ist mit Einheit verlobt. Endlich los! Blaue Felder in dem Fall. Oh, ich habe einen Tempel von Nott. Wie cool. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Stealth-Einheit geortet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, habe ich jetzt eigentlich ein Kraftwerk gebaut? Nimm ich gerade ein bisschen? Reparatur läuft. Bar out. Feindliche Einheiten in Sicht. Abgebrochen. Bar out. Okay, das war jetzt nervig. Ich brauche mal einen Techniker. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloben. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Kann ich Ihnen helfen? Einheit verloben. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wir bleiben uns aneißen. Betriebsbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kilos benötigt. Kilos benötigt. Gut, ich habe es verstanden. Gut, ich habe es verstanden. Ich brauche mehr Luftverteidigung. Dann sollen wir sie haben. Mit Killian bin ich länger auf den Sack gekommen. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheit in Sicht. Ausbildung. Die Bruderschaft vertraut mir. Baut. Stealth-Einheit aus. Der Sackpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Baut. Was brauchen Sie? Bau abgeschlossen. Ich warte. Das Fliege ist echt hammermäßig geil. So. Ausbildung. Wir werden kämpfen. Einheit geborgen. Silos benötigt. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir werden kämpfen. Ungeeigneter Bauplatz. Es wird ein bisschen schwierig, das einzunehmen. Aber ich glaube, ich werde jetzt auch gleich mal noch... Wir werden jetzt gleich mal noch folgende Sache machen. Und zwar... Wie groß ist denn da? Ich bin bereit von diesem Ding. Reparaturhaft. Das ist nämlich gar nicht mal so gut. Bau und... Feindliche Einheiten in Sicht. Auf die Beine! Wir werden kämpfen. Schnell! Einheit wird angegriffen. Einheit verlobt. Bau abgeschlossen. Heißt sie, Stücke, Kassizzi! Entschuldigung, kann ich nicht schon nach Lüfteinheiten angereißen. Das ist ein bisschen bereit. Wir werden was ist, Kassizzi! Sie werden uns nie vergessen! Wir bleiben alle zu sein! Wir werden kämpfen! Ziel wählen. Aurora-Rakete gestartet. Wir werden kämpfen! Ziel ist benötigt. So, damit sollte erstmal Schluss sein mit diesen lästigen Luftangriffen. So, jetzt brauche ich erstmal ein Schrein der Geheimnisse. Neue Bauoptionen. Feindliche Einheiten in Sicht. Baut. So, erstmal dick getarnt hier. Bau abgeschlossen. Baut. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So, wie viel kann ich denn hier auf einmal tarnen? Baut. Baut. Ha, jetzt habe ich die ganzen Geschäfte und sonst gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Silos benötigt. Ablauf PC. Upgrade abgeschlossen. Baut. Abbaus. Abbaus. So, jetzt läuft das doch alles hier in entspannten Bahnen. Bau abgeschlossen. Reparatur läuft. Wir sind nicht was ist, aber alle zusammen! Upgrade abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Einheiten in Sicht. Bounce. Upgrade abgeschlossen. Sie kommen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Baut. Wir bleiben unverteidig von Rieschen. Bau abgeschlossen. Avatar. Wir kämpfen für Nutt. Ich warte. Ziel erfolgt. Feindliche Einheiten in Sicht. Sie wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit. Wir werden in Sicht. Oh, yeah. Sammler wird angegriffen. Roger, roger, roger. Betriebsbereit. Alter. Hoho. Initialisiert. Ausbildung. Einheit für Einheit. Stimmt. Aurora Pakete bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Ziel wählen. Silos benötigt. Aurora Pakete gestartet. So. Was sagt jetzt davon ihr Pisser? Bounce. Die Bruderschaft muss wachsen. Unser Schicksal liegt vor uns. Bau abgeschlossen. Baut. Mehr davon. Mal sehen. Dieses Land gehört Nord. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Oh yeah, Baby. Mehr. Baut. So. Jetzt baue ich erstmal eine kleine Armee auf. Bau abgeschlossen. Silos benötigt. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Baut. Ungeeigneter Bauplatz. Avatar. Ja. Ausbildung. 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 Bau abgeschlossen. Ausbildung. Ausbildung. Das dürfte meine Kohle jetzt ordentlich beanspruchen. Feindliche Einheiten in Sicht. Baut. Stealth Panzer Einsatz bereit. hyster windsor ein. Baut. Baut. Theft Panzer Einsatz bereit. Baut. 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 Die eigene Ausrichtung kommt, wo ich jetzt die Abwehrstellungen errichte. Wird die so zu scheißen, hä? So wie ich jetzt nicht fein gehe, zu scheißen würde. Tanten! Abgeschlossen! Nordmord ist bereit! Wir werden kämpfen! Baut! Nordmord ist bereit! Wir werden kämpfen! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Wir werden kämpfen! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! So! Wir werden kämpfen! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Ich liebe das, wenn man richtig schön in die Produktion gehen kann! Wir werden kämpfen! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Wir werden kämpfen! Ausbildung! Waffen initialisiert! Wir werden kämpfen! Die Bruderschaft vertraut! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Stealth-Einsatz bereit! Die Bruderschaft vertraut! Wir werden kämpfen! Wenn das mal nicht genügend Stealth-Panzer sind, dann weiß ich auch nicht! Europa-Pakete bereit! Wir werden kämpfen! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Stealth-Panzer-Einsatz bereit! Sieg nicht! 20 Stealth-Panzer! Wir werden kämpfen! Wir werden kämpfen! Wir verschwenden Zeit! Ja! Erledigt sie! Einheit ist noch angegriffen! Ha ha ha! Feindliche Einheiten in Sicht! Kämpfen! Einheit verloren! Sieht ihr euch nicht vertreten! Lasst es! Wir werden kämpfen! Ja! Los, land! Wir werden kämpfen! Wir werden kämpfen! Was ist? Los! Wir werden kämpfen! Ich warte! So, meine geilen Avatare! Ich muss immer in den Film bringen! Feindliche Einheiten in Sicht! Wir werden kämpfen! Einheit wird angegriffen! Wir warten! Ziel weben! Aurora-Pakete gestartet! Wir werden kämpfen! So, den ganzen Penner hier auslöschen! Wir werden kämpfen! Wir werden kämpfen! In Wartestellung gleitet zum Ziel! Schön ruhig! So, dann holen wir uns jetzt mal noch die Silos hier hinten! Was gibt es? Einheit wird angegriffen! Wow! Wir haben ja keine! Sie muss bewegten! Einheit verlassen! Wir verstecken uns dort! Feindliche Einheiten in Sicht! Hier im Feld abgebaut! Schön ruhig! mehr gebäude wir brauchen die besetzt feindliche basis in sicht zwei haben jetzt eins eingenommen ausbilder wird angegriffen ja 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 das geht aber ab angegriffen sondern starten wir die den angriff auf kill ins stützpunkt auf dem eis rock beim nächsten mal wenn es wieder heißt let's play mal ein konkurrentes bis dahin